hallo zusammen und herzlich willkommen hier auf meinem youtube-kanal ich möchte mich schon mal ganz herzlich für euren support bedanken in zwei wochen habe ich schon 11 abonnenten erreicht und wie versprochen mache ich morgen so gegen nachmittag oder irgendwann mache ich dann um sie zwei livestream ihr seid alle herzlich eingeladen dabei zu sein und ihr dürft dann auch entscheiden was auf welcher karte ich fahren sollte ich durch spontan entscheiden und darauf freue ich mich schon ihr dürft sagt allen euren freunden bescheiden dass ihr meine videos gerne dass jeder auf meinem youtube-kanal herzlich willkommen ist und ja dann sehen wir uns morgen ich wünsche euch allen einen schönen abend und bis zum nächsten mal tschüss und wenn euch und wenn ich meine videos gefallen hat würde ich mich gerne bei den daumen nach oben freuen und wenn ihr kein video verpasst wollt dann lasst gerne auch ein abo da und vergesst nicht die glocke zu aktivieren um keinen meiner videos mehr zu verpassen also bis zum nächsten mal tschüss